In den kommenden Tagen geht es bei uns wechselhaft und auch Herbstlöcher zu. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle ausgezeichnet geschlafen und könnt heute früh richtig gut in den Tag starten. Heute erwartet uns auch noch mal ziemlich freundliches Wetter. Dafür sorgt das Hochdruckgebiet André. André hat heute bei uns noch einmal vielfach das Sagen und bringt uns einige Sonnenstrahlen mit. Die Sonne muss sich den Himmel allerdings auch immer mal wieder mit Wolken teilen. Und auch Regenschauer sind mal mit von der Partie. Diese können wir besonders im Norden oder ab und zu auch mal in den Alpen antreffen. Wer von euch heute schon sehr früh auf den Beinen ist, der sollte vorsichtig sein, denn es weht ein herbstlicher Wind und der kann teils mit stürmischen Böen einhergehen. Das betrifft besonders den äußersten Norden. Die Temperaturen klettern dazu heute auf 10 bis 17 Grad. In der Nacht, da wird es dann mit den Temperaturen in den Keller gehen. Die Tiestwerte liegen dann noch zwischen 10 und 1 Grad. Entsprechend müssen wir uns in den Mittelgebirgen und auch an den Alpen mitunter auf Bodenfrost einstellen. Dazu können wir stellenweise noch mal die Sterne sehen. Vor allem im Süden sind aber auch mal Nebelschwaden mit dabei. Und auch dichte Wolken, die in den Nordwesten hereinziehen werden, werden es den Sternen heute Nacht ganz schön schwer machen. Diese dichten Wolken werden dann sich im Laufe des Donnerstages immer weiter ausdehnen von Westen her. Entsprechend hat die Sonne am Vormittag im Osten und Südosten noch ein paar Chancen. Im Tagesverlauf wird es ihr aber zunehmend schwerer fallen, sich zu behaupten. Die Temperaturen erreichen dazu noch mal zwischen 12 und 17 Grad. Am Freitag, da machen die Höchstwerte dann schon bei maximal 14 Grad halt. Am wärmsten wird es dabei im Osten des Landes. Dazu erwarten uns viele Regenwolken und teils auch Regenschauer. Auch trockene Abschnitte wird es geben. In den Alpen, da wird die Schneefallgrenze deutlich sinken und liegt dann teils nur noch zwischen 1400 und 1200 Metern. Also ab dieser Höhe können wir dann auch damit rechnen, dass Regentropfen in Schneeflocken übergehen werden. Und auch am Samstag wird es in den Alpen ab dieser Höhe teils noch mal winterlich weitergehen. Ansonsten steht uns am Samstag voraussichtlich ein recht durchwachsender Tag an. Immer noch mal mit Regen, aber auch mit sonnenreicheren Abschnitten. Allerdings, da sind sich die einzelnen Wettermodelle noch nicht ganz einig. Da müssen wir noch ein wenig abwarten. Es wird also ziemlich spannend zum Wochenende. Die Temperaturen liegen dazu zwischen 7 und 14 Grad. Die höchsten Werte erwarten wir dabei am Oberrhein. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne den Daumen nach oben. Klickt auch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut rund um das Thema Wetter informiert seid. Habt einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.